Ich habe ja so eine Angst. CO2 ist nämlich doch lebensgefährlich. Ja, erwerbt Wissen. Heute bekam ich sogar noch eine Mail, wir sollen neue Ansätze zur Verbesserung des Klimaschutzes teilen. Und dann habe ich auch noch gesagt, diese CO2-Idioten, die sind alle böse. Aber nein, die kann man auch nicht belehren. Nein, das stimmt alles nicht. CO2 ist nämlich doch lebensgefährlich. Und warum ist eigentlich ganz klar. Warum? Weil alle Menschen, die gestorben sind, haben schon mal CO2 ausgeatmet. Das tut mir so leid. Bis zum nächsten Video.